Deutsch lernen durch Hören Das kostet extra. Ich schaue auf mein Smartphone. 90,73 Euro steht da. Das ist mein Kontostand. Leider bin ich seit ein paar Wochen arbeitslos. Meine Arbeit in der Fabrik wird jetzt von Robotern gemacht. Menschen sind zu langsam und machen Fehler. Roboter sind perfekt, sagte mein Chef. Dann hat er mich gekündigt. Das hat wehgetan. Ich habe bereits seit über sieben Jahren dort gearbeitet. Nimm es nicht persönlich, sagten meine Arbeitskollegen. Sie arbeiten alle immer noch dort, aber nicht in der Fabrik, sondern im Büro. Ich stecke mein Smartphone wieder in meine Hosentasche. Der Vermieter war heute Morgen bei mir. Ich muss ausziehen, weil ich die Miete nicht bezahlen kann. Verzweifelt habe ich meine Freunde angerufen. Niemand kann mir Geld geben und niemand hat einen Platz zum Schlafen für mich. So verzweifelt war ich schon lange nicht mehr. Darum habe ich meine Großeltern angerufen. Ich kann bei ihnen auf der Couch schlafen. Es klingelt an der Haustür und ich werde aus meinen Gedanken geweckt. Der Umzugswagen ist da. Ich trage alle meine Dinge aus der Wohnung und stelle sie in einen kleinen Bus. Das kostet aber extra, sagt der Fahrer und hilft mir beim Tragen. Am Abend kommen wir beim Haus meiner Großeltern an. Ich bekomme 70 Euro für den Bus und 20 Euro fürs Helfen, sagt der Fahrer. Ich gebe ihm 90 Euro und gehe in das Haus. Erschöpft lege ich mich auf die Couch und schaue auf mein Smartphone. Mein Kontostand ist nun 73 Cent. Meine Großmutter streichelt mir über den Kopf. Sie sagt, es ist okay, mein Schatz. Jeder hat einen Tiefpunkt in seinem Leben. Jetzt kann es nur besser werden. Sie gibt mir eine heiße Schokolade. Ich liebe meine Großmutter und sie hat recht. Das Leben ist manchmal schwer, aber ich werde es überleben.